Für die Ausflügler, die der Schiffsführer Reinhard Giger heute auf Quinten bringt, ist es ein Traumtag. Das Dorf ist nicht nur malerisch schön, sondern auch für viele Sonnenstunden bekannt. Das Leben hier ist aber nicht immer einfach. Reinhard Giger weiss das, er ist schon aufgewachsen. Es ist besser, wenn man einen Liter Milch nicht noch vergessen tut, weil ich über den See gehe und ich selten steige und poste, das ist dann doch etwas aufwendig. Aber ich denke, die Gegebenheiten in Quinten, dass man nicht einfach ins Auto steigen kann und her- und wegfahren, wie man will, dass man hier mit der Natur leben muss und dass es vielleicht auch vorkommt, dass der See stürmisch ist und da geht man halt auch mal nicht über den See, da ist man zu Hause. Dass man nur mit dem Schiff oder zu Fuss auf Quinten kommt, ist ein Problem für das Dörfli. Nur noch rund 40 Einwohner hat die Zeitung Gesundheitsblick gezählt, die meisten davon im höheren Alter. Schon seit Jahren wehrt sich die Stiftung Quinten lebt, dagegen, dass Quinten ausstirbt. Jetzt baut sie ein ganzes Haus um und zahlt die Familien, die hier einziehen, pro Kind 200 Franken im Monat. Demografisch ist es sehr wichtig in Quinten, dass wir junge Familien daherbringen. Wir haben gedacht, was können wir für einen Anreiz machen. Einfach gesagt, wir verdoppeln die Familienzulage. Wir geben maximal 20'000 Franken pro Kind, das hierher kommt. Im Frühling sollen so zwei Familien auf Quinten zügeln und das Dörfli neu beleben. Etwas, was auch Reinhard Giger Freude machen würde. Meine Geschwister und ich sind uns einig. Wir sind im Paradies aufgewachsen. Eigentlich wäre es schön, wenn andere Kinder auch die Möglichkeit hätten, das Quinten als Paradies in der Jugendzeit wahrzunehmen. Und es wäre schön, wenn es ein wenig mehr Leben ins Dorf gibt. Quinten hofft darum jetzt auf viele junge Familien, die trotz allen Widerständen hier wohnen wollen. Drei Bewerbungen hat die Stiftung Quinten lebt, bis jetzt für diese zwei Wohnungen. Die Chance ist also durchaus noch intakt, um einen Platz hier am Wallensee zu ergattern. Für Tele Zürich, Quinten, Luca Laube.